Hallihallo meine lieben Tonfrau und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Letztes Wochenende hatte ich ein Turnier, also am Samstag und am Sonntag. Am Samstag habe ich mit Solotanz getanzt und da bin ich kurz stehen geblieben. Nach dem Taucher war ich irgendwie richtig hochgekommen, dann konnte ich danach nicht den Bogen anmachen. Und am Samstag habe ich auch noch mit der Mührengarde getanzt. Und am Sonntag habe ich dann mit der Gemüschengarde getanzt, weil eine Tänzerin nicht tanzen konnte. Und mit der Gemüschengarde wurden der Erste. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Video und dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Ich bitte auf einen Einweis für die Schreibung an 0-1. Das war jetzt! Es kann sich für Sie unter der Startnummer 01 der erste Tanzsportverein Bonhoff. Es kann sich für Sie unter der Startnummer 01 der ersten Tanzsportverein Bonhoff. Sollte So, dann starten wir jetzt mit der schwarze Tanzfamilien-Junior und ich rufe auch mit der Stadtgemeinschaft ein für den ersten Platz dort für einen Hotbook-EV, Haley Kensa. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt tanzen wir sie unter der Stahlnummer 01 vom ersten Kampfsportverein Hotbook-EV, Haley Kensa. Hier bekommen die Haltung 79, 83, 84, 79, 80, 84 und 80. Die Stadt Nummer 01, die Hüftengarde, erster Tanzfamilien-Postbook-EV. In der praktischen Gerichtgabe vom ersten Platz vor zwei Hotbook-EV. Und zwar haben wir den ersten Sieger, das ist der erste Touchsportverein Hotbook-EV. Applaus Und zwar heute岳-Junior und Herr Kausien-Postverein Hotbook-EV. Denn es gibt immer noch die Mu salon mit dem neuen Re criança Geschichte in der MIC und der Tierü drops. leur oder lebe ihr mit der cueshee actress Gäste is. Und dazu gewinnen, Herr Kausien-Post克 administrierend. Dem ver CAMPPS-EV. Die zweite Ton mit dem you can spray up! Ich sage dir ... So, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, weil ja, sagt mir das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss!